Es geht mir gut, es geht mir eigentlich immer gut. Es geht mir gut. Hey, das war meins. Was ist denn falsch mit euch Typen? Gentleman mäßig und so? Was ist denn eigentlich falsch mit euch Frauen? Ihr dreht dieses Feminismus-Ding immer so, wie es gerade passt oder was? Er zahlt Feminismus und so. Bist du mich verknallt oder was? Nee. Dann können wir doch mal vögeln. Willst du was trinken? Nee, so viel Zeit habe ich gar nicht. Was machst du denn da? Ich darf, das findest du voll gut. Nee. Sorry, hab ich dich verwechselt. Ciao, ciao, ciao. Waren wir verabredet? Ist schon komisch, dass es scheinbar leichter ist zu vögeln, als mit jemandem Asia-Food zu essen. Es gibt auch noch Leute, mit denen es es leichter ist Asia-Food zu essen, als zu vögeln. Weißt du, was ich an Pistazien so liebe? Dass man sie sich erst verdienen muss. Das ist blöd. Wie lange wart ihr denn zusammen? Gar nicht. Du hast ihr gesagt, dass du in sie verliebt bist und sie hat dann so nö gesagt oder wie? Ich bin doch kein Idiot. Ich hab ihr natürlich nicht gesagt, dass ich sie lieber. Mich auch nicht. Hat sie nicht nö gesagt. Siehst du das? Also, ich sehe da nichts. Hey! Stillbleiben! Vielleicht können wir uns mal wieder zum Sex treffen. Nee, garantiere nicht. Nur nicht, dass sich noch jemand verliebt. Ich bin doch nicht. Ja! Ich glaube, sie ist nicht tot. Ja! Ja! Der Typ ist von RBB! Hey! We will go! Dayton ist das neue Endstadium. Danach kommt nichts mehr. Dann bist du ja trotzdem alleine. Ich hab bloß was noch nie geliebt. Ich hab schon längst mit dem Schluss gemacht. Warum das denn? Der war voll die Klette und der wollte die ganze Zeit nur was mit mir allein machen. Das ist so super süß.